Öh! Haben die auch Akira geguckt, die Jungs, oder was? Das hat mich aufgefasst. Äh! Äh! Jetzt bin ich dieser Blob! Mann, wie krass! Was? Was zur Hölle? Alter! 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 Ist das krass, ey! Oh Mann, ey! Nee! Oh, ey! Ah, nun mal, nun mal, nun mal! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ist das ein krasses Spiel, ey. Oh Mann, ey, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Teil veröffentlichen soll, weil das Ende ist so krass. Das werde ich eigentlich nie mal vorweg machen. Das ist... Oh, das ist die Chef? Nee. Ah, Mann, oh Mann! Ah, okay. Du machst hier so einen... ...Ramp-Flock. Hä? Ah, ja. Ha! Ha! Da geht es nicht Open-Your-Pass mutual, aber jetzt ist es großartig. Ach, ja! Abloh! Danke! Oh man! Was soll ich mir jetzt umbringen? Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Dieses Spiel, ich weiß es nicht. Guck! Ha. Oh nein, 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 nein! Ja, das muss der letzte Raum sein. Ah, er kann nicht schwimmen. Oh. Ja, er kann doch schwimmen. Moment. Mensch, ich musste mal aus dem Laden irgendwann raus sein. Oh. das war es das war es draußen und jetzt fertig das ist ein krank spiel nicht schlecht nicht schlecht also was in dieser runden kugel drin war das beschäftigt mich immer noch ich muss da noch mal zurück und die letzten zwei von diesen kugeln finden also ich hoffe euch hat das let's play gefallen mal ehrlich ist das let's play ich habe gesehen dass dann einige daumen runter gegangen und ich habe auch einige abonnenten verloren weil es keine motorradvideos sind aber naja das kann ich verstehen ich weiß nicht ob ich noch ein paar let's plays mache das hängt vom wetter ab weil normalerweise fahre ich am motorrad aber egal also ich denke mal das werde ich schon noch fortsetzen der winter kommt auf jeden fall wieder und der dauert auch noch eine weile ja dann bis zum nächsten let's play bis dann ja ja Untertitelung des ZDF, 2020